In dem heutigen Video werden wir beide drei Drafts bauen. Also sozusagen ein Best-of-Three und wer zweimal gewinnt, hat das Ganze gewonnen. Und der Verlierer muss heute eine krasse EM-Karte diskaten. Deswegen, Leute, bleibt am Ende. Deswegen, Leute, bleibt bis zum Ende dran. Einer wird auf jeden Fall diskaten. Wir werden drei geile Drafts bauen. Ich bin ein Draft-Team. Ihr habt es gesehen, 128 habe ich geschafft. Mit dabei ist Fabio. Was war dein dieses Draft, Fabio? Ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht so der Weltrekordjäger dieses Jahr. Aber was ich bin, ein Jäger von dir und ein Jäger, der jetzt dich heute zerstört. Schreibt mal gern euer bestes Draft in die Kommentare. Viele haben mich genervt. Ey, Jake, ich habe jetzt schon 129. Ich habe jetzt schon 2000er Draft gebaut. Ich habe jetzt schon 4 Millionen Draft gebaut. Bro, entspannt euch mal. Schreibt mal auf ernst die Wahrheit rein, was ihr bisher gebaut habt. 128 war mein Hustier. Ich glaube, Fabio, es war safe. 127 oder 126 dann. Habt ihr auch nicht genug Coins für diese geilen Team-of-the-Season-Karten? Dann checkt jetzt unbedingt Looper ab. Hier seht ihr es. Das sind wirklich die günstigsten FC24-Coins. Und obendrauf kriegt ihr nochmal Free-Coins obendrauf. Zum Beispiel eben bei 1.050.000 plus. Des Weiteren könnt ihr nochmal einen Gutschein-Code Jank eingeben für 8% Rabatt. Damit spart ihr nochmal ganz, ganz saftig. Außerdem nutzen auch ganz viele andere Creator Looper und sind sehr, sehr überzeugt davon. Es sind wirklich die sichersten, günstigsten und besten FC24-Coins, die ihr kriegen könnt. Ich habe jetzt endlich genug Coins, um diese coole Team-of-the-Season-Karte von Romero zu kaufen. Danke, Lootbar. Endlich kann ich ihn mir leisten. Also, wenn ihr auch diese ganzen coolen Team-of-the-Season-Karten haben wollt, checkt unbedingt Lootbar ab. Code Jank für 8% Rabatt. Aber das sagt gar nichts. Man muss einfach nur Glück haben. Meinetwegen können wir rein. Ja, wir können rein. Wir geben übrigens pro Draft ein Limit von 3 Minuten 30. Okay. Also, ich werde jetzt gleich eine Stoppo stellen. 3, 2, 1. Möge der Bessere gewinnen. Leute, lasst einen Daumen nach oben, da lasst ein Abo da. Die Zeit läuft. Die Zeit läuft. Ich gehe mit der 4-3-3 Offensiv. Ich gehe mit der 4-3-3 Defensiv. Oh, das ist ein bodenloser Start. Das ist bodenlos. Nee, bei mir läuft es gut. Oh, das ist bodenlos. Ich werde so auf die Icons heute gehen für die Chemie. Das ist so richtig. Das ist schon mal viel besser. Die kann auch EV. Oh, weiter mit den Icons. Ja, let's go. Ronaldinho oder so muss hier kommen. Nein, ich habe die falsche Karte genommen. Da war ein 96er. Ich sage, Ronaldinho muss hier kommen. Es kommt 98er Ronaldinho. R9 oder so? Ich habe einen dicken Fehler begangen. Na, dann nicht R9. Ich habe einen dicken, dicken Fehler gemacht, aber wir werden sehen. Cola ist jetzt nicht so der Kracher. Das ist jetzt also ein, zwei Karten, drei Karten sind geil geworden, aber der Rest ist bisher echt nicht so krass bei mir. Ja, so sieht es ähnlich aus bei mir. Chemie geht aber dafür gut. Ja, okay, das ist wirklich bodenlos. Es ist bodenlos. Ich glaube, das Ding verliere ich. Nee, bei mir sieht es auch echt nicht so geil aus. Es kommen keine krassen Karten. Das darf nicht wahr sein. Komm schon. Ja, doch. Dann muss ich ihn mitnehmen. Oh, plus 5 war mächtig gerade. Das war mächtig. Das kann ja so. Mach ich den hier mal rein. Schwierig. Auch bodenlos. Nehme ich ihn erstmal mit. Bringt mir aber nichts. Das ist auch Quatsch, Bro. Ich kriege so viele Non-Res und so. Hey. Ich nehme ihn jetzt mit. Das bringt mir nichts. Das war alles nicht wahr sein hier. Komm schon. Gönn, 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 gönn. Gönn, gönn. Das ist verrückt. Oh. 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 Ich brauche einen Zettel. Meine Chemie kackt nur rein. Ja. So, da kackt doch die Chemie schon nicht mehr rein. Zack. Zack. Und zack. Okay, bei mir läuft es mittlerweile. Bei mir läuft es. Ich habe auch so ein kleines Comeback bekommen, würde ich sagen. Ja, das ist stark. Das ist super. Oh, das ist so super. Und das müsste eigentlich nochmal hochgehen vom Rating her, oder? Ja. Oh, bitte. Jetzt nochmal Kracher. Ich brauche Kracher jetzt. Ah, jetzt muss ich überlegen. Was mache ich jetzt? Ja, 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 ja. Ist okay. Was mache ich jetzt? Ist wie viel. Warte mal. Ich glaube, wir machen zack. Oh. Und dann machen wir so. Und dann machen wir so. Meine Chemie. Das nervt mich mit der Chemie. Komm schon. Torwart muss gut werden. Ach man, Bro. Bei mir hat der Keeper so reingekackt. Das würde mir, glaube ich, das Genick brechen. Ich glaube, das darf nicht wahr sein. Heiliger Scheiße. Jetzt muss ich überlegen, dribbeln hier. Ich muss auch irgendwas dribbeln, glaube ich, noch. Ah, bitte geh hoch. Das darf nicht wahr sein, Bro. Er geht nicht hoch. Er geht nicht hoch bei mir. Ja, okay. So kriege ich zumindest das nochmal. Warte mal, wir können das noch machen. Ich werde hier noch was rausholen. Er geht nicht hoch. Oh Mann, das ist bodenlos. Und mir fehlt ein Chemiepunkt theoretisch. Ich glaube, ich lege es aber drauf an. Ja, mir fehlt auch noch einer. Aber ich glaube, das war der Schlüssel zum Erfolg. So habe ich ihn noch bekommen. Das Rating reicht aber nicht mehr. Ich bin in der Übersicht schon. Yo, ich auch. Drei Minuten, 30 sind in 15 Sekunden auch over. Also wir haben es beide geschafft, ne? Ja, ja, ja. Okay, kurz und knackig. Stürmer, Mittefeld, Verteidiger. Bei mir 88, 88, 87. Junge, 84, 81, 81. Volle Chemie? Ja. Ich habe 126. 125. Ja, 1-0. Das heißt, jetzt schon Matchpoint für mich. Wenn ich das nächste Draft gewinne, musst du das karten. Bodenlos, wirklich. Wir sehen uns beim nächsten Draft. Ich mache den Countdown, Fabio, ne? Drei, zwei, eins und Timer läuft. Drei Minuten, 30 Zeit fürs nächste Draft. Wenn ich jetzt gewinne, ist das Ding over. Aber das ist eine ganz beschissene Forma, glaube ich. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Und ich starte mit einer eigenen Session. Ich muss die Formation nehmen. Ich glaube, das ist die einzige... Oh, und das ist ein starker Kapitän. Ich glaube, war das auch die einzige Forma gewesen, die einigermaßen okay war. Zweiter Spieler ist komplett bodenlos. Dritter ist in Ordnung. Vierter. Ich nehme ihn mit. Ich nehme ihn mit, aber... Ja, ja, wichtig. Wichtig. Gut war das nicht. Ja, gut. Den würde ich sehr gerne mitnehmen, aber es muss der hier werden. Rating geht vor. Und schon... Ich habe die beiden Spanierin. Gut, Herr, ist ein Bonmarti, Totti. Dann nehme ich natürlich Bonmarti. Ich glaube, ich habe den seltensten Spieler, den man bekommen kann. Obwohl, wahrscheinlich ist seine neue Special Cut seltener. Van Dijk. Totz, habe ich mal gehört, der soll sehr selten sein. Echt jetzt? In Draft. Ja. Jetzt geht auch gut weiter. Ich sage ehrlich, das könnte an mich gehen hier. Bei mir ist Brett. Bei mir ist ein Brett. Okay. Bei mir ist ein Brett. 126 nach der Start-Eff. Spoiler ich dir. Okay, das ist krass. Bei mir ist es theoretisch auch nur 126, nur dass mir die Chemie fehlt. Ich glaube, ich mache das hier. Ich glaube, ich mache das hier. Guckt euch meinen Move an jetzt, Chat. So. Oh. Dann so. Und so. Oh, Jake. Oh. Wenn du das sehen würdest. Ja, wenn du das bei mir gerade gesehen hättest. Bro, ich glaube, wir bauen beide geisteskranke Drafts. Ich glaube es auch tatsächlich. Braucht aber noch Chemie und die rechte Seite muss noch abgegradet werden. So wird das zumindest auf jeden Fall next. Nehme ich noch mit. Ja. Ja, doch. Damit kann man leben. Okay. Oh ja. Oh ja, Jake. Ja. Ja, ja. Ich auch. Ich auch. Ich auch gerade. Alter, das ist ja wieder die reichen Lache. Alter, Bruder. Das war gerade geisteskrank bei mir. Hilfe. Okay. Jetzt bin ich mal gucken. Ist eigentlich egal, wen ich rausnehme. Dann nehme ich ihn einfach mal raus. Oh mein Gott. Komm schon. Leider kein IV. Boah, das ist ein Bruch. Und jetzt fehlt es ein bisschen an Rating hier. Komm schon, IV. Nein, er verkackt wieder hinten raus. Warum immer hinten raus? Bei mir ist bisher sehr stark. Der ist jetzt nicht so. Ich brauche ein IV, bitte. EA. Das darf nicht wahr sein. Bitte, Bruder. Kann ich hier noch irgendwas machen? Das war es für dich, Bruder. Das war gerade ein Knockout für dich. Sag ich, wie es ist. 95er Bewertung. Das ist zu viel, Bro. Da muss ich mich, glaube ich, echt geschlagen geben. Leider Gottes. Das war jetzt nochmal Quatsch. Das war jetzt nochmal Quatsch. Spiel, aber vielleicht komme ich wieder hoch. Ich könnte hochkommen mit dem Switch jetzt. Wie hat das hier? Warte mal, warte mal. Der kann erbau. Warte mal. Das könnte vielleicht die Last-Minute-Rettung sein. Warte mal. Vielleicht nochmal das tauschen. Nein, warum reicht das denn nicht? Warum reicht das denn nicht? Es reicht. Es reicht. Oh mein Gott, dass ich das noch gesehen habe. So wichtig. Jetzt noch die Chemie irgendwie. Irgendwie die Chemie noch. Komm schon. Okay, bei mir geht nichts mehr. So würde ich es stehen lassen. Ja. So muss ich es stehen lassen. Ich muss auf den Manager pokern. Der Manager entscheidet es bei mir. Cenk. Okay, ich gehe auch zum Manager. Hey, komm schon. Bitte, bitte, bitte. Der hat eine geile Brille auf meinem Manager. Das ist auch genau jetzt abgelaufen, by the way. Es reicht. Es reicht, Cenk. Ja, es hat gereicht. Hast du 127? Ich habe die 127, ja. Nee, haben beide so ein krasses Draft gebaut, oder was? Wir haben beide so ein krasses Draft gebaut. Bro. Alter, ich sage dir ehrlich, ne? Ein besserer Spieler noch in der Innenverteidigung und ich hätte 128 wieder gepackt. Verrückt. Oh mein Gott. Also unentschieden. Das heißt, du musst das letzte Battle gewinnen jetzt, ne? Ja. Das wird nochmal spannend. Also, dann gehen wir ins letzte Battle, ne? Yo. 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 Ich bin gespannt. 3, 2, 1 und let's go. Ich war schon in den Pormars drin, ne? Ein kleiner Fortschritt für mich. Alter, du Schumler. Aber ja, Gott sei Dank, nicht so viel geguckt. Ja, die sieht auch gut aus. Die nehme ich mit. 4, 3, 3 offensiv habe ich jetzt. Okay, ich muss mich jetzt konzentrieren. Stark. Das war stark. Oh ja. Ja, 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 ja. Das ist gut. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Alles Quatsch irgendwie. Also, bei mir könnte es besser laufen, sag ich. Okay, ja. Ich sag, ich bin gar nicht so unzufrieden. Aber optimal sieht es nicht aus. Bin es auf der Bank angekommen. Jo, ich auch. Das ist Quatsch. Braucht Mittelfeld und Verteidigung. Oh, ja. Verteidigung. Alter, Bruder, bei mir läuft gar nichts. Ich hätte den anderen mitnehmen sollen. Egal. Jetzt ist es zu spät. Eine Minute 15 ist weg, by the way. Okay. Die Eike nehme ich mal mit Bishimitsu los. Okay, der ist krass. Der könnte krass sein. Schwierig. Schwierig, schwierig. Komm, wann kommt endlich ein guter ZM? Ja, der ist top. Der ist so top. Oh, wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Nehmen wir mit. Es läuft, es läuft, es läuft. Aber es fehlt mir der eine ZM. Bei mir fehlt einiges, sag ich ehrlich. Ah. Zumindest schon mal einen Schritt in die richtige Richtung hier. Also ratingtechnisch geht es sogar. Es geht eigentlich. Aber ich brauche jetzt echt noch Bänger. Zwei Minuten sind um. Oh, ich werde gekocht. In den letzten Positionen werde ich maximal gekocht gerade. Krieg zweimal non-real hintereinander. Das finde ich super. Ja, und am Ende werde ich auch gebrochen. Das kippt es nicht. Ich glaube, das wird jetzt nicht mehr reichen. Alter, und ich kriege die geisteskrankesten Karten. Das ist so eine Frechheit. Oh mein Gott, das könnte wirklich brutal werden. Ich glaube, ich nehme ihn mit. Auf safety first für Chemie-Chat. Ey, yo. Dass hier nicht mal die Chemie ausreicht, das kannst du mir nicht erzählen. Oh mein Gott. Komm, 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 komm. Zwei Minuten 37. Das ist crazy. Ey, ich bin schon beim Manager. Ich wurde gebrochen. Ich bin richtig unzufrieden, Bro. Oh mein Gott. Ich habe gerade alles auseinandergenommen. Was denn der reingeht? Und dann, nee. Das macht keinen Sinn. Das macht alles keinen Sinn. Oh mein Gott. Ich muss auf den Manager hoffen, glaube ich. Ich habe jetzt auch den Manager. Ich habe es genau bei 3,30. Ich bestätige noch. Cenk, sag es mir kurz und spätselig. Was hast du? Ähm, 127. Leck mich. Hattest du da 126? Ja. Bei dir lief es doch so krass, meintest du. Ja, aber hinten raus ist alles eingekracht. Bro, bei mir ist hinten raus ein 95er Grimaldo, 95er Cancelo, ein 97er Doku, ein 96er Nimarco und 95er Cancelo. Da ist so viel krasser Stuff gekommen noch, ne? Ich bin direkt schon an Karte auf den Markt gegangen. Was muss ich denn hier einstellen, Cenk? Echt jetzt? 100k und dann EM-Karte. EM-Karte. Was für eine EM-Karte? Äh, ich weiß gar nicht. Was gibt es da? EM-Icon. Mach mal eine EM-Icon. Warum nicht? 100k. Ja, ich bin auf der Seite, Cenk. Du kannst... Ach du Scheiße. Ist krass, oder was? Ach du Heilige. Ist krass? Äh, ich will nicht zu der Seite sagen, weil, wer weiß, ne? Vielleicht kannst du ja auch die zweite Seite. Ne, ich glaube auf der ersten Seite, wenn du schon so, ach du Scheiße und sowas. Und ich nehme, nehm mal den letzten. Das machen meine Nerven nicht mit. Warum? Auf der Nummer 3 sitzt Ronaldinho EM-Icon. Was laberst du? 10 Millionen Coins. Was laberst du? Kostet der 15 Millionen? Ja. Holy shit. Was ist jetzt getroffen? Xavi Alonso EM-Icon. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Okay, aber der kostet auch 200 oder so, ne? Ja, ich werde den mal kaufen, weil ich will jetzt ungern eigentlich meinen Untrade Xavi Alonso weghauen. Guck mal, was der kostet. Wenn er jetzt unter 200k kostet, mache ich keine SPC. Er kostet 150k. Soll ich da für eine SPC machen? Kannst du... Stell dir einfach so günstig, wie es geht auf den Markt. Äh, ja, okay, gut. Nicht, dass man... Für 18.000 nicht, dass man da irgendwie... Nee, nee, mach, hau weg. Okay, gut. Ist weg, ist auf dem Markt drauf. Ja, passt. Schade, 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 bro. Ich hab dich aber heute mal dominiert, auseinandergenommen. Das hat mir mal wieder gefehlt. Draft Battles... Warst du echt gut eine Zeit lang? Heute war wichtiger, wichtiger Rache-Feldzug. Also Leute, lasst einen Daumen nach oben, dann lasst ein Abo da. Ich fand's geil, hat Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.